In diesem Video werden die Vorteile bei der Verwendung des neuen druckunabhängigen Abgleich- und Regelventils Optima Compact von FREESE gezeigt. FREESE gehört weltweit zu den führenden Anbietern umweltfreundlicher Energieeinsparungslösungen und dies gilt auch für unser neues Abgleich- und Regelventil Optima Compact. Mit dem Optima Compact beträgt die Energieeinsparung für die Pumpe 50 Prozent oder mehr. Gleichzeitig werden die Installationskosten um bis zu 40 Prozent reduziert. Die kompakte Bauweise unseres neuen druckunabhängigen Abgleich- und Regelventils macht die Installation in Heizungs-, Klima- und Kälteanlagen einfach, zum Beispiel bei Anlagen mit Klimakonvektoren, Kühldecken oder anderen Heizungs-, Klima- und Kältekomponenten. Das FREESE Optima Compact ist in Wirklichkeit drei Ventile in einem, weil erstens, es ersetzt ein traditionelles statisches Regelventil. Zweitens, es ersetzt ein traditionelles statisches Strangregulierventil. Und drittens, es macht den Einsatz eines zusätzlichen Differenzdruckreglers im System überflüssig. Somit wird das System einfacher. Einfache Installation mit automatischem Abgleich und weniger Druckverluste im System. Insgesamt bewirken diese Merkmale eine optimale Regelung des Pumpenbetriebes und reduzieren damit den Pumpenenergieverbrauch. Ausser den Energieeinsparungen für den Pumpenbetrieb sorgt Optima Compact auch für maximale Energienutzung der zirkulierenden Wassermenge. Dies wird durch eine Maximierung des Delta T im System erreicht. Dadurch fährt der Kessel- und Kälteerzeuger im optimalen Bereich und spart zusätzlich Energie ein. Die Voreinstellung des Volumenstroms erfolgt aus einem einfachen Voreinstellungsdiagramm oder mit dem Quick Calc Auslegungsprogramm. Einfach den Volumenstrom einstellen und das Ventil ist betriebsbereit. Perfekte Modulation bei maximalem sowie minimalem Volumenstrom sorgt für optimale Regulierung des Klimakomforts im Gebäude. Darüber hinaus ist es nur erforderlich den Differenzdruck über dem kritischen Ventil im System zu messen, um die Pumpe korrekt einzustellen, da Ventile näher an der Pumpe immer ausreichenden Pumpendruck zur Verfügung haben. Frese Optima Compact kann sowohl mit thermischen Stellantrieben als auch mit elektrischen Stellantrieben von Frese oder anderen Herstellern kombiniert werden. Dank der innovativen patentierten Bauart regelt das Ventil jederzeit mit voller Modulation und Regelcharakteristik unabhängig vom eingestellten Volumenstrom. Grosses Modellprogramm mit drei verschiedenen Ventilhüben mit Innen- oder Aussengewindeanschluss mit oder ohne Druckmessnippel. Um die Energieeinsparung zu optimieren, wird die Pumpe gemäss der Druckmessnippel eingestellt. Mit anderen Worten, hervorragende Innenraumklimakontrolle kostet nicht die Welt.